Widerspruchsverfahren Erwerbsminderungsrente. Was bedeutet es, wenn die DAV Angaben zu ihrem Hinzuverdienst wissen möchte? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hier wieder mal ein Fall aus unserer Beratungs- und Vertretungspraxis. Wir vertreten seit ca. zwei Jahren eine Kundin in einem EM-Rentenverfahren gegenüber der Deutschen Rentenversicherung. Unsere Kundin hat bei der DAV die EM-Rente beantragt und diese wurde leider abgelehnt. Wir sind dann im Widerspruch gegangen. Im August 2020 musste unsere Mandantin nochmal aus medizinischen Gründen stationär aufgenommen werden und wurde da auch behandelt. Wir haben von der Deutschen Rentenversicherung nichts mehr erfahren. Seit ca. zwei Jahren läuft ja das Verfahren. Am 20.11.2020 haben wir die DAV dann aufgefordert, uns doch mal mitzuteilen, was jetzt hier los ist. Wir haben um Sachstandsmitteilung gebeten. Auch da ist nichts weiter passiert. Und heute habe ich von der Deutschen Rentenversicherung ein Schreiben bekommen. Dort teilt uns die Deutsche Rentenversicherung mit. Sie haben bei uns eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beantragt. Einkommen neben der Rente kann sich auf die Rente auswirken. Im Ausland erzielter Hinzuverdienst zählt ebenfalls mit dazu. Um die Hinzuverdienstregelung prüfen zu können, benötigen wir noch weitere Angaben. Bitte beantworten Sie die Fragen in der beigefügten Erklärung zu meinem Hinzuverdienst für die Zeiten ab dem 01.08.2020. Bitte senden Sie uns das Formular in Kürze zurück. Meine Damen und Herren, wenn Sie sowas bekommen, dann wissen Sie, dass Sie eine Erwerbsminderungsrente bewilligt bekommen. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung wird immer dann, wenn ein solches Formular von Ihnen abgefordert wird, in einem laufenden Bewilligungsverfahren oder Widerspruchsverfahren oder auch nach einem Klageverfahren Ihnen die Erwerbsminderungsrente bewilligen. Damit das auch sicher ist, was ich sage, habe ich natürlich bei der Deutschen Rentenversicherung angerufen und habe nachgefragt. Und dort hat man mir heute, am 22. Januar 2020, diesen Sachverhalt genau so bestätigt. Ich habe gerade eben mit meiner Mandantin gesprochen und Sie können sich vorstellen, diese Frau kämpft seit Jahren um eine Erwerbsminderungsrente und sie ist wahnsinnig erleichtert und hat auch am Telefon geweint. Ja, und da sind natürlich die Emotionen sehr hoch, aber die Freude auch natürlich. Letzten Endes habe ich ihr gesagt, wir müssen auf den Rentenbescheid abwarten und dort steht schwarz auf weiß drin, was es für eine Erwerbsminderungsrente ist, wie hoch sie ausfallen wird und wann sie beginnen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.